Gastmahl ist eine Einladung zum gemeinsamen Nachdenken über Liebe und zwar basiert dieser Abend ganz entfernt auf dem Text Symposion von Platon, in dem ein Gastmahl beschrieben wird, in dem die Teilnehmer über das Thema Liebe diskutiert haben im antiken Griechenland und wir versuchen das mal ins Heute zu übersetzen. Die PerformerInnen, die werden mit Musik, mit Tanz und auch mit Text, auch erzählen von ihren persönlichen Ideen zu Liebe und eben euch das Publikum dazu einladen, da mitzufühlen und sich auch eben eigene Gedanken dazu zu machen. Es ist ein besonderer Bühnenraum, weil man nicht auf eine Bühne schaut, sondern Teil des Geschehens ist. Also man ist eingeladen mit den PerformerInnen über Liebe nachzudenken und man kommt ihnen auch zum Teil sehr nahe und erlebt den Operngesang, der auch Teil dieses Abends ist sehr nahe und es ist eine hoffentlich sehr besondere und intime Erfahrung.